Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Heute machen wir ein Picknick. Aber zuerst muss ich das Feuer machen. Kommt mit. So, mein Feuer brennt. Jetzt hole ich die Würstchen. Kommt mit. Wo sind denn die Würstchen? Au. Nein, nein. Dich grillen wir nicht. Sonst ist das nachher ein Hotdog. Tschüss.